Heute warst du besser. Was heißt? Du warst gut. Aber nicht gut genug. Du willst die Leute doch umhauen, oder nicht? Mir hat Method acting viel gebracht. Du arbeitest mit deinen eigenen Erfahrungen und Erinnerungen und nutzt sie dann beim Schauspiel. Versuch dich doch immer mit einer Rolle zu vergleichen. Vielleicht habt ihr ja was gemeinsam. Wir haben nichts gemeinsam. Wenn du die Agenten wirklich von dir überzeugen willst, dann musst du der Rolle irgendwas geben, was nur du dir geben kannst. Rolle John hat mich fast verrückt gemacht. John? Wissen Sie noch, warum ich hier bin? Mein Name ist Larissa Rademacher. Ich schreibe ein Gutachten für das Gericht. Und das ist sehr wichtig für sie, was in diesem Gutachten stehen wird. Ist das normal? Robert De Niro hat mal 30 Kilo für eine Rolle zugenommen. Das ist normal, wenn du die Rolle echt darstellen willst. Für dich werde ich immer besser. Ist mir gut. Hey. Denk immer daran, was du bist. Danke. Marco. Du bist schon er. Wer bist du? Ein Freund. Der einzige, den du warst. Ich habe schon einen Freund. Ich habe schon einen Freund. Ach ja. Diese Kleine. Sie ist nicht dein Freund und schon gar nicht deine Freundin. Ich habe schon mal die einzige. Viere Papa. Ich bin der Freundin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020